You're tuned in Fit by Science with Paul Merton. Get the hottest news and best ideas in Fitness. Enter the mind of world class experts and get the hottest news with Paul. He is an author, personal trainer and ongoing teacher. Here we go with your bearded host, Paul Merton. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fit by Science mit Paul. Ich bin Paul und freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Ich nehme heute aus dem wunderschönen Bad Breisig auf. Ihr werdet sicherlich merken, oh, der Mann hat letzten Mal an der Deutschen Sportschule und in Köln aufgenommen. Richtig, daher kommt auch so eine kleine Verspätung heute zustande. Und zwar, ich bin in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche umgezogen. Und zwar von Köln nach Bad Breisig und habe dann auch noch zur Zeit die Prüfungsphase an der Uni. Deswegen bitte entschuldige die kleine Verspätung. Auf jeden Fall ging das diesmal nicht anders, weil ich jetzt erst in einem halbwertigen Raum sitze, auch zwischen Kisten und das Mikrofon endlich vor mir habe. Es hat ein wenig gedauert, aber es ist zumindest noch Freitag und wir kommen das sicherlich gut hin. Ansonsten, wer die letzte Folge mit Stefan aufmerksam zugehört hat und bis zum Ende gehört hat, wird festgestellt haben, ich habe da eine Ökotrophologin angekündigt. Also eine Frau, die sich besonders gut mit Ernährung und den Grundlagen von Ernährung auskennt. Leider ist sie Termin nicht verhindert gewesen. Deswegen möchte ich jetzt ein Thema vorschieben, was eigentlich ein bisschen später geplant war. Und zwar den Übertrag von Wissenschaft und Praxis. Das bedeutet, wir haben ja jetzt von Simon und Stefan gehört, wie funktioniert Trainingsperiodisierung, Trainingsplanung, was sind Grundlagen von Training und das waren wissenschaftliche, fundierte, tolle Sachen, die sie gesagt haben. Nur da hat manchmal so ein bisschen der Praxistipp gefehlt. Und da möchte ich jetzt einhaken für euch und zwar aus meiner Erfahrung und aus meiner Praxis ein wenig berichten. Das bedeutet aber auch natürlich für euch, dass es ein möglicher Weg ist, so wie ich die Leute trainiere. Vielleicht hast du mehr Erfahrung im Training als ich. Ich bin jetzt seit guten zwölf Jahren dabei, dass ich Training gebe. Ich hatte das große Glück, dass ich vom Anfänger, die gerade ganz neu beginnen oder wieder einsteigen nach mehreren Jahren Pause, bis hin zu ehemaligen Olympiasiegern trainieren durfte. Das ist so meine Erfahrung, das ist mein Steckenpferd in Köln, wo wir die Leute im Rheingym bzw. AlphaGen Athletics noch trainieren und wo ich als Trainer auch unterwegs bin. Also das bedeutet für dich, wenn du eventuell einen anderen, besseren Weg für dich hast, super, ansonsten hör gerne zu, probier es vielleicht auch mal aus und sende mir wieder Feedback. Okay, das bedeutet, schreib mir gerne wieder, wie ist es vielleicht für dich gelaufen. Ansonsten möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, natürlich versuchen wir hier jedes Thema wissenschaftlich aufzuarbeiten, wir haben aber bei weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sowohl Simon, Stefan, aber auch vor allem ich nehmen immer eine gewisse Auswahl vor, die wir für besonders sinnvoll erachten. Natürlich gibt es immer Pro und Contra, auch jede Studie hat Pro und Contra, jede Studie hat Stärken, aber halt auch Schwächen. Wenn ihr da eine bessere Studie findet, sendet die mir gerne zu, lasst uns diskutieren, was gut, was schlecht daran ist. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit die Studien in den Shownotes nachlesen und da natürlich auch gerne Stärken und Schwächen rausarbeiten. Okay, also um das nochmal kurz zusammenfassen, ich bedanke mich mega für euer Feedback. Entschuldigung für die kleine Verspätung und ihr müsst heute lediglich mit mir vorlieb nehmen und nicht mit der Judith. Die versuche ich für die nächsten Wochen zu arrangieren bzw. ans Mikrofon zu bekommen und dann lasst uns auch direkt loslegen. Ich möchte starten mit einer kleinen Geschichte von mir, wie ich damals trainiert habe. Ich bin zum Kraftsport, zum Athletiktraining überhaupt gekommen, weil ich für meinen Sport trainiert habe. Also ich war immer ein Sportler, der ins Kraftschule gegangen ist, um besser auf dem Feld zu werden. Man nennt das auch On-Field-Performance. Ich war nie jemand, der das nur aus ästhetischen Gründen gemacht hat. Natürlich habe ich mich auch immer sehr gefreut, wenn es gut ausgesehen hat, aber es war nie der Hauptgrund meines Trainings. Ich wollte immer besser werden. Und das hat mir auch immer den Spaß am Training und mein Ziel vor Augen geführt. Und das ist auch eine Sache, die ich dir auf den Weg geben möchte. Und zwar, du brauchst ein Ziel und du musst Spaß am Training haben. Das ist also total wichtig. Wenn du das nicht hast als Sportler oder wenn du dieses Ziel und diesen Spaß bei deinen Athleten nicht aufrechterhalten kannst, wirst du sehen, dass sie abspringen. Und du wirst auch sehen, dass die Motivation eventuell am Anfang nicht besonders hoch bei deinen Sportlern ist. Da habe ich so eine kleine magische Vier-Wochen-Regel. Was besagt die Vier-Wochen-Regel? Und zwar, wenn ich einen Sportler habe, der besonders ambitioniert ist, dann versuche ich, ihn immer ins Training zu bekommen und zwar über vier Wochen verpflichtend. Das bedeutet, er muss die nächsten vier Wochen, zum Beispiel seine zwei, drei, vier, fünf oder mehr Einheiten bei mir machen. Warum dieser Zwang am Anfang? Ja, weil ich am Anfang sagte, Spaß ist wichtig. Oftmals, und das kennt ihr sicherlich auch, gibt es diesen schönen Spruch, Appetit kommt beim Essen. Viele Sportler und Sportlerinnen haben am Anfang nicht so viel besonders Lust darauf, Krafttraining zu machen. Und da muss man sie ein wenig zum Glück zwingen, wenn sie gerade so auf der Schwelle sind. Ich bin ein ambitionierter Hobbysportler und will vielleicht in den bezahlten Bereich oder will jetzt mein Ziel erreichen. Ja, ich möchte die fünf Kilo abnehmen. Ich möchte die zehn Kilo mehr an der Bank drücken. Ich möchte meinen Körperfett reduzieren. Da muss man die Sportler zwingen. Und da muss man klare Termine vereinbaren. Du bist jetzt da. Du musst kommen. Vier Wochen verpflichtend. Und danach in Aussicht stellen, jetzt könnt ihr freiwillig trainieren. Jetzt könnt ihr das selbst gestalten. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass nach diesen vier Wochen die Absprungrate ganz, ganz gering ist. Also vielleicht noch 10, 15 Prozent der Sportler, die ich betreue oder die wir betreuen in unserem Studio und in unseren Trainings, die sind dann nicht mehr regelmäßig da. Das bedeutet, 85 bis 90 Prozent der Sportler, die wir haben nach den vier Wochen, bleiben bei ihrem Trainingspensum, das wir zusammen herausgestellt haben, für ihr Ziel. Und das ist Wahnsinn. Das bedeutet, zwinge dich eventuell über einen Trainer im Fitnessstudio, dass du vier Wochen lang regelmäßig kommst. Oder zwinge dich selber. Für euch, die ihr in einem regulären Fitnessstudio seid, ihr habt ganz oft die Möglichkeit, Trainertermine wahrzunehmen. Macht das. Nutzt diese Termine. Die Trainer, die da sind, sind froh, was zu tun zu haben. Die finden das mega ätzend. Und ich spreche da aus Erfahrung, einfach nur auf der Fläche rumzustehen und von seinem Chef gesagt zu bekommen, Ja, jetzt geh mal rum und zeig mal, wie die Übung richtig geht. Da hast du keinen Bock drauf. Es ist viel, viel geiler, wenn du mit den Leuten rumgehst und denen zeigst, wie es funktioniert. Und für alle Trainer da draußen, die dann sagen, ja, aber es ist dann schon ein Petit, geht in Vorleistung, Leute. Macht das. Ja, das steigert einfach das Vertrauen, die Vertrauensbasis und ihr könnt wirklich mit eurem Sportler arbeiten. Das macht viel mehr Spaß. Viel, viel mehr Spaß, als einfach nur irgendwelche Übungen zeigen. Okay, also Leute, vier Wochen zwingt sie wirklich. Ansonsten ist es wichtig, dass wir immer unterscheiden zwischen Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi. Jetzt ist natürlich die Frage, wie unterscheide ich Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi? Da gibt es in der Wissenschaft eine ganz klare Aussage und zwar das Trainingsalter. Das Trainingsalter besagt im Endeffekt, wie lange ein Sportler in Jahren trainiert. Zum Beispiel bei mir wäre mein Trainingsalter so 14 Jahre. Also ich habe mit 14 angefangen, Kraftsport zu machen. Das heißt, ich bin seit 14 Jahren im Training unterwegs. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch die Qualität. Ich kann 14 Jahre trainieren, aber 14 Jahre lang 3x10 Bizeps Curls machen. Das bedeutet, man muss auch noch eruieren, also herausstellen, was für eine Qualität im Training war vorhanden. Das kann man ganz oft und ganz einfach mit der Frage an sich selbst gestalten, habe ich die letzten zwei Jahre meinen Trainingsplan geändert? Habe ich in den letzten vier Jahren meinen Trainingsplan geändert? Habe ich die Intensität verändert, die Wiederholungszahlen? Also alle die normativer, die zum Beispiel auch der Stefan aufgezählt hat. Also wie häufig gehe ich trainieren, wie schwer, wie oft, wie viele Pausen und so weiter. Und dann gucke ich, alles klar, wo stehe ich? Also alles, was so bis 1,5 Jahre Training ist, in meinen Augen, ist ein Anfänger. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder abwertend, sondern das ist einfach jemand, der seine Routine, sein Training sehr gut beherrscht, aber viele Sachen einfach noch nicht kennt, der viele Bewegungen noch nicht kennt, gerade im Kraftsport. Eventuell ist er oder sie nach einem Jahr Training schon besonders gut in ihrer Sportart oder in seiner Sportart, aber halt im Kraft- und Athletiktraining noch nicht. Das hat einfach unterschiedliche Faktoren, wie, wie gesagt, die Trainingsauswahl, die Trainingsinhaltsauswahl. Ab anderthalb, zwei Jahren beginnt dann für mich der Fortgeschrittene. Das ist jemand, der hat schon mehrere Trainingszyklen durchlaufen, der hat auch schon mal Trainingsplanung, Periodisierung nicht nur gehört, sondern auch angewandt, hat eventuell auch mal die ein oder andere Sportart ausprobiert, im Kraftsport selbst. Das bedeutet, mal Crossfit ausprobiert, mal Gewichtheben ausprobiert, mal vielleicht auch Pumping Iron, obwohl ich das persönlich nicht so mega gut finde für Sport- und Athletiktraining. Für das Fitnesstraining jedoch super, wenn man sich dadurch motivieren lässt. Also das ist ganz klar, für Fitness super Ding, für Athletik teilweise schwierig. Aber fortgeschritten, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, ich habe schon ein bisschen nach links und rechts geschaut. Und das kann dann teilweise bis fünf, sechs Jahre hochgehen. Und dann der Profi, der fängt dann so bei sechs, sieben Jahren Trainingserfahrung, Trainingsalter an, der dann auch schon einfach super viel gesehen hat, zum einen, und auch sehr sportartspezifisch trainiert, beziehungsweise auch ganz genau weiß, wohin er will, sei es jetzt abnehmen, zunehmen, möchte ich vielleicht Bodybuilding betreiben und nicht Bodybuilding vielleicht im extremen Maß, um auf die Bühne zu gehen, sondern halt, wie der Name schon sagt, meinen Körper zu formen, zu erschaffen. Das bedeutet, gut auszusehen oder möchte ich eventuell der beste Fußballer werden. Aber der Profi hat ein ganz klares Ziel, trainiert sich oftmals selbst, beziehungsweise hat einen sehr kompetenten Trainer an seiner Seite, der ihn nicht nur fachlich, sondern auch emotional unterstützt. Und das ist halt auch wieder sehr wichtig, um auf diesen Punkt Motivation, Spaß und Ziel zu kommen. Okay? Und auch ich unterscheide immer zwischen Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi. Okay? Fange ich an mit dem Anfänger? Okay? Wie trainiere ich Anfänger? Wie machen wir das mit Anfängern? Wir haben, egal ob Anfänger, Fortgeschrittenen oder Profi, haben wir einen grundlegenden Aufbau bei uns. Wir gehen oftmals von 5 Einheiten aus, beziehungsweise, wir haben ja auch bei Stefan gehört, man muss gar nicht 5 Einheiten machen, sondern kann auch 2 Ganzkörpereinheiten machen und dieselben Hypertrophie-Effekte besitzen und dieselben Kraft-Effekte, wie die Leute, die 3-mal ein Split-Training machen. Aber wir gehen da halt von 5-mal aus, beziehungsweise versuchen, in eine Woche 2-mal eine Beugebewegung des Körpers reinzubekommen, Kniebeuge vorne, hinten, Serger-Squats, Ausfallschritte, was auch immer, 2 Zugübungen, das bedeutet Kreuzheben, Klimmzüge, Ruderzüge oder wie auch immer, und einmal das Drücken unterzubekommen, das bedeutet Bankdrücken, Schulterdrücken, wie auch immer. Warum? Warum ist eigentlich der Fokus so stark auf den Beinen? Einfach aus folgendem Grund. Stellt euch vor, unser Körper ist ein Auto, ein Rennwagen. Und dieser Rennwagen hat lediglich mit unseren Beinen, beziehungsweise Füßen, Kontakt zum Boden. Und ihr wisst ja selber, ein Auto ohne gute Reifen fährt ziemlich scheiße. Und genauso ist das bei unserem Körper, dass, wenn unsere Beine nicht fit sind und wir keine kräftigen Sprünge können oder gute Kniebeugen hinkriegen, dass unsere Übertragung von unserem Kopf auf den Boden hin zur Leistung ganz schwierig wird. Außerdem haben wir natürlich auch positive Effekte durch dieses Ganzkörpertraining, was der Stefan schon erklärte, auf das Muskelwachstum. Das heißt, viele positive Effekte, die dann noch kommen, die kommen durch diese Konzentration auf die Beine. Und auch dieses grundlegende Muster von zweimal beugen, zweimal ziehen, einmal drücken, könnt ihr in euer Ganzkörpertraining implementieren, wenn ihr zweimal die Woche trainieren geht. Auch da könnt ihr zwei Beugebewegungen machen, zwei Zugbewegungen und eine drückende Bewegung. Das geht, das ist sehr anstrengend, aber das geht und das bekommt ihr hin. Okay? Ein Anfänger. Wie sollte ich ein Anfänger trainieren? Mit diesem Hintergedanken zweimal beugen, zweimal ziehen, einmal drücken. Ich steige hier, um auf Simon so ein bisschen Bezug zu nehmen, ich steige hier immer linear. Was bedeutet das? Ich habe einen Trainingsplan und je nach Ziel des Sportlers, ich nehme jetzt einfach mal den Anfänger im Fitnessbereich, der möchte zweimal trainieren, möchte Kraft aufbauen und Gewicht abnehmen. Das ist so zu 90% eigentlich das, was wir hören. Wenn jemand als Fitnesssportler kommt, ja, ich möchte gerne was abnehmen, ich möchte ein bisschen kräftiger werden und ich möchte mich definieren. Der hat also seinen Trainingsplan, kommt zweimal die Woche und kriegt von uns auch eigentlich immer einen Ganzkörpertrainingsplan. Den steigern wir linear, das bedeutet, er kriegt jede Woche mehr Gewicht drauf. Wichtig dabei ist, am Anfang ist mir das völlig egal, wie viel Gewicht er bewältigt. Ich habe ganz viele Mädels im Training, die zum Beispiel nur mit der Stange anfangen, Kniebeuge zu machen. Ich habe ganz viele Jungs im Training, die erstmal überhaupt anfangen, Ringrows zu machen, bevor sie Klimmzüge machen. Aber es wird immer gesteigert. Und warum mache ich das so und warum ist mir das Anfangsgewicht völlig egal? Es hat zwei Gründe. Grund eins, ich kann entspannt und ruhig auf die Technik eingehen. Das heißt, ich habe eine niedrige Intensität, ein niedriges Verletzungsrisiko für den Sportler, da das Gewicht nicht so hoch ist. Aber ich kann dir jederzeit noch einen Tipp geben, wie du es besser machen kannst. Du kannst es direkt umsetzen. Also wir sind vom Gewicht her nicht so schwer, dass du es leider nicht mehr hoch bekommst oder nicht mehr umgesetzt bekommst, wie auch immer. Deswegen ist mir das Anfangsgewicht völlig egal. Und steige dann jede Woche Kilos rauf. Für die Beine mache ich das so um fünf Kilo eigentlich immer, also zweieinhalb pro Seite rauf. Und für den Oberkörper kommt es darauf an, wie schwer es jemandem fällt. Weil gerade Darm, wenn ich zum Beispiel Schulterdrücken mit denen mache, ist ein Kilo Steigerung schon sehr viel, das bedeutet. Da steigere ich auch nur um ein Kilo. Bei den Herren ist es teilweise zweieinhalb Kilo, also 1,25 pro Seite. Und steigere das so lange, bis die gewünschte Wiederholungszahl, zum Beispiel beim Fitnessanfänger 12, bei dem Fußballspieler vielleicht 6 oder 7, in der Kniebeuge, nicht mehr erreicht wird. Und wie gehe ich dann weiter? Ist es dann Schluss? Ist es dann vorbei? Nein. Ihr könnt euren Körper dann sogar noch ein wenig austricksen. Und zwar, ihr habt das Gewicht nach acht Wochen nicht mehr steigern können. Also ihr habt acht Wochen regelmäßig linear progressiert. Das bedeutet, ihr seid jede Woche um zweieinhalb bis 1,2 Kilo hochgegangen. Und wer jetzt schon mal rechnet, das ist schon relativ viel. Und merkt dann, nee, geht nicht mehr. Dann, nehmt das Gewicht, wenn ihr das in Woche 8 hattet, aus Woche 5. Das heißt, springt nochmal zurück drei Wochen, also fast einen ganzen Monat, und fangt diese lineare Steigerung wieder von vorne an. Und dann werdet ihr merken, ihr werdet das Plateau besiegen können. Ihr werdet über diese Steigerung, wo nichts mehr geht, wo ihr wirklich sagt, boah, nee, das schaffe ich nicht mehr. Da werdet ihr rüberkommen. Ihr werdet also mit dieser linearen Progression, meine Erfahrung ist, ein halbes bis dreiviertel Jahr trainieren können, ohne den Trainingsplan zu ändern und jede Woche bzw. spätestens alle vier Wochen einen Erfolg zu haben. Was hat das für Konsequenzen für dich als Sportler und für uns als Trainer? Du bist in den Übungen, die wir tun, unfassbar sicher. Wenn ich da die Grundübungen mache, wie Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken, dann sind das die Grundpfeiler des gesamten späteren Trainings. Die kann ich ein halbes, dreiviertel Jahr ausreizen und kann dir immer wieder, oder du hast immer wieder Erfolgserlebnisse. Das bedeutet, du schaffst mehr Gewicht, du schaffst eventuell auch mehr Wiederholungen. Das geht auch. Man kann auch linear steigern mit mehr Wiederholungen und dann erst das Gewicht raufpacken. Komme ich später dazu nochmal. Du hast einfach ein Gefühl, dass du es gut ausführst. Und das ist wichtig. Die gute Ausführung am Anfang für einen Anfänger. Bewegungsqualität vor Quantität. Und da muss man nicht den ausgefallensten Trainingsplan mit Super- und Verbundsätzen machen. Überhaupt nicht. Keep it simple and sexy. Gute Trainer verstehen es, einfache Trainingsinhalte immer wieder so zu verpacken, dass es Spaß macht, dass man etwas Neues macht und dass man besser wird. Die Kniebeuge muss nicht immer gleich schnell sein. Man kann sie variieren. Man kann auch in dieser linearen Progression eventuell mal einen Pausensatz einführen. Oder, oder, oder. Wie ich auch schon sagte, ihr könnt auch linear progressieren, also linear steigern, indem ihr sagt, hey, ich steigere nicht nur das Gewicht oder ich steigere erstmal gar nicht das Gewicht, sondern gesetzt, dass das mein Ziel ist, zum Beispiel Kraftausdauer zu erhöhen. Ich fange mit 8 Wiederholungen an und steigere mich hoch bis 12. Sobald ich diese 12 habe, steigere ich das Gewicht erst. Ich persönlich, meine Meinung, finde das jetzt nicht so besonders toll, weil ich immer ein Freund bin von Intensität. Das heißt einfach den Hintergedanken, dass ich, wenn ich eine Maximalkraftsteigerung habe, dass ein Übertrag zur Kraftausdauer hat, aber nicht umgekehrt. Deswegen bin ich eher ein Freund, dass man tendenziell schwerer trainiert, nicht besonders schwer, aber schwerer, und die Wiederholungszahlen nicht ganz so hoch hält. Also, was meine ich damit, nicht ganz so hoch? Alles über 18, 20 Wiederholungen finde ich schon sehr kritisch, wenn wir über einen normalgesunden Sportler reden. Es ist nochmal was anderes, wenn ich zum Beispiel ältere trainiere, ältere Menschen, die Probleme mit Bluthochdruck haben, da sollte ich eher niedrigintensiver trainieren und dort auch eher den Fokus auf andere Übungen bzw. auf andere Inhalte legen. Jetzt muss ich kurz auf mein Blatt gucken, was hier so steht. Genau, wenn ihr an einen Trainer kommt oder selber nicht wisst, ja, sollte ich jetzt eine Langhantelübung nehmen, sollte ich Kettelbells nehmen, sollte ich Kurzhantel nehmen, sollte ich an Geräte, völlig egal als Anfänger, völlig egal. Natürlich wäre es super, wenn man an die Langhantel und an die Kettelbell geht, damit man später, also langfristig, in einem Jahr, in anderthalb Jahren, ohne Probleme weitermachen kann und immer wieder das Gefühl von Fortschritt hat. Aber wenn ich nur Geräte zur Auswahl habe oder mich da sehr wohl fühle und sehr viel Spaß am Gerätetraining habe, dann macht es. Geht an die Geräte, geht ran und progressiert linear. Ja, das bedeutet, die Übungsauswahl, ob Langhantel, Kurzhantel, Kettelbells, was auch immer, das ist eure Entscheidung. Wichtig ist wieder diese Grundsache, beugen, ziehen, drücken. Das sind die Grundbewegungen, die unser Körper kann. Rotation sicherlich auch noch, das ist aber sehr speziell für den Rumpf. Aber für unser Training, beugen, ziehen, drücken, das ist wichtig. Auch, seid vorsichtig am Anfang oder ich bin sehr vorsichtig mit unilateralen Übungen. Was sind unilaterale Übungen? Das sind Übungen, wo ich nur eine Seite beanspruche. Das bedeutet, ich beanspruche nur den rechten Arm. Bizeps gehört zu einseitig. Als Anfänger, der noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nicht so diese Körperwahrnehmung hat wie vielleicht ein Profi, das reicht völlig aus, wenn ihr anfangt, nur bilateral, das heißt mit beiden Armen, mit beiden Beinen zu arbeiten. Das soll erstmal zu Anfänger reichen. Wichtig für die Anfänger, macht es linear, gestaltet euer Trainingsplan, sodass ihr für euer Ziel adäquat trainiert und auch ganz wichtig, dass ihr erstmal auf bilaterale Übungen geht, anstatt auf unilaterale. Komme ich jetzt zu den Fortgeschrittenen. Simon erzählte ja bei der Trainingsplanung auch etwas von Blockperiodisierung und genau da setze ich jetzt bei den Fortgeschrittenen an. Das bedeutet, das sind ja meist Sportler, die entweder ihr Ziel schon erreicht haben, zum Beispiel 5-6 Kilo abnehmen als Fitnesssportler oder verletzungsfrei durch die Saison zu kommen im Fußball. Da gucke ich mir dann an, wo befindet sich der Sportler. Also gibt es vielleicht eine In- und eine Off-Season. Sind da Trainingsinhalte unterschiedlich? Muss vielleicht ein Sportler mit ein bisschen mehr Gewicht in den Wettkampf oder als Fitnesssportler habe ich jetzt vielleicht den Winter, wo ich mal eheweite Klamotten trage und um mein langfristiges Ziel Muskelaufbau zu erreichen, jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr esse und ein bisschen mehr Gas gebe, was die Ernährung angeht und das dann nicht auffällt, damit ich dann im Sommer wieder fit bin. Das muss ich im Endeffekt für mich genau herausfinden. Außerdem kommen auch immer mehr sportartspezifische Bewegungen rein. Zum Beispiel bei fortgeschrittenen Sprünge, wenn ich an einen Feldsportler denke, zum Beispiel einen Fußballer, einen Footballer, einen Handballer. Das ist völlig egal. Aber da kommen dann auch Sprünge ins Training. Da unterscheiden wir dann auch zwischen Counter-Movement-Jump, das heißt runtergehen und schnell wieder hoch, oder reaktionelle Sprünge, das heißt wir sind nur ganz kurz im Boden. Da kann ich dann wieder ganz viel ausweiten. Aber da kommen explosive Sachen hinzu, weil ich die Basis im Anfängerstadium erreicht habe. Wichtig, wenn ihr einen fortgeschrittenen Sportler vor euch habt oder ihr selber fortgeschritten seid, ein gesunder Sportler geht immer vor den Leistungsfähigen. Das ist die Prämisse Nummer 1, egal welcher Sportler vor euch steht. Ihr müsst erstmal das Training so gestalten, dass eure Sportler oder ihr selber gut durchs Training kommt. Das bedeutet, ihr habt Spaß dran, ihr erreicht euer Ziel und langfristig auch gesund bleibt. Also wenn ihr einige Pausenzeiten einhaltet, so wie Stefan sagte, dass gerade Leute, die etwas machen, viel zu häufig trainieren. Das heißt, ihr haltet eure Pausenzeiten ein und werdet nicht krank, habt keinen Tinnitus auf den Ohren, seid leistungsfähig, könnt jede Woche was raufpacken. Das ist erstmal wichtig. Und dann können wir darüber nachdenken, dass wir was raufpacken. Also im Sinne von, okay, tut der Ellbogen weh? Ja, nein, gut, dann pack was rauf beim Bankdrücken zum Beispiel. Das ist wichtig. Der gesunde Sportler geht immer vor. Wie ich auch schon angesprochen habe, wir fangen jetzt auch an, Super- und Verbundsätze einzuführen in das Training. Was sind das für Dinger? Supersätze sind Sätze, wo ich Antagonist und Agonist trainiere. Zum Beispiel, ich trainiere Bizeps-Curls und mache dann ein Trizeps-Strecken. Das wäre Agonist-Antagonist. Oder ich mache Kniebeuge und direkt danach ohne Pause kreuzheben. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, wie man kreuzhebt, damit du möglichst viel oder wenig Aktivität auf der Oberschenkelrückseite hast. Aber das wäre so ein klassisches Beispiel. Oder Bankdrücken-Lattzug. Das sind Sachen, die man machen kann. Das sind Supersätze. Verbundsätze sehen folgendermaßen aus, dass du die gleiche Muskelgruppe direkt hintereinander trainierst. Da ist es üblich, dass du erst eine komplexere Übung machst, wie zum Beispiel Bankdrücken, und dann eine nicht ganz so komplexe Übung machst und zum Beispiel an Schulterdrücken-Maschine gehst. Oder an Schrägbankdrücken an der Maschine. Das ist so üblich. Warum? Weil man natürlich schon aus einer Ermüdung in eine neue Übung reingeht und der natürlich immer sehr wichtig ist, bin ich konzentriert bei der Übung? Kann ich mich verletzen? Ja oder nein? Und da sind Maschinen tendenziell nicht so anfällig wie freie Übungen. Das heißt nicht, dass freie Übungen so sind, dass man sich ständig verletzt. Aber ihr braucht einfach mehr Konzentration. Und gerade wenn man die eventuell nicht jederzeit aufrechterhalten kann. Ich habe selber auch selber damit immer Probleme gehabt, mich jederzeit zu konzentrieren. Und ich habe auch heute noch Sportler, denen das nicht so einfach fällt, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt, jetzt ist der nächste Satz Vollgas. Da gehe ich gerne zwischendurch an Maschinen. Oder mit körpereigenen Übungen, wie Liegestütz oder Air Squats oder was auch immer. Aber da versuche ich dann bei den Verbundsätzen immer wieder zu variieren. Außerdem ist es bei Fortgeschrittenen auch langsam wichtig, einen Ausgleich zu erschaffen. Das bedeutet wieder mit dem Hintergedanken der gesunde Sportler, dass ich auch mal eine Stretching-Einheit einfüge zum Beispiel. Also wenn ich sehr ambitionierte Hobbysportler habe, mittwochs stretchen oder aktive Erholung. Das kann ein Saunagang sein, das kann eine lockere Lauf sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann ein Schuckball sein, das ist eine Handballerwärmung eigentlich. Also es kann ganz, ganz viel sein, womit ich meine Sportler aktiv erholen lasse. Und das ist auch wichtig als Trainer oder als Sportler selbst, immer wieder in Erinnerung zu rufen, ich muss mich nicht immer voll ausbelasten. Ich kann auch mal mich aktiv erholen. Außerdem ist bei Fortgeschrittenen langsam auch das Prozentuale wichtig. Das bedeutet, ich finde langsam heraus, wie viel Kilo schaffe ich denn bei den Kniebeugen? Wie viel Kilo schaffe ich denn da? Oder wer diese Einer-Maximal-Tests nicht so mag, da gibt es auch Tabellen, die packe ich in die Shownotes, die dir sagen, hey, super, ich kann jetzt 10 Wiederholungen da und davon schaffen und dann heißt es, er rechnet, dass ich so und so viel Kilo maximal schaffe. Für Fortgeschrittenen ist es dann wichtig, dass ich dann wiederum in Tabellen oder Intensitätstabellen schaue, mit wie viel Prozent ich denn von meinem Einer-Max, also von dem Gewicht, was ich maximal einmal bewegen kann in einer Übung, wie viel sollte ich nehmen für so und so viel Wiederholung? Das wird schon sehr, sehr wichtig dann, dass ihr wirklich einen möglichst standardisierten Fortschritt habt und auch damit gut spielen könnt. Das heißt, ihr als Trainer und ihr auch als Sportler könnt immer wieder sagen, diese Woche soll es mal ein bisschen leichter werden. Das heißt, ihr zieht ein paar Prozente ab oder es soll ein bisschen schwerer werden, ihr packt ein paar Prozente rauf. Diese Prozente sind nicht sklavisch, aber man sollte das auf jeden Fall bei den Fortgeschrittenen einführen und auch konsequent machen. Ich persönlich arbeite damit sehr gerne, weil wir viele Sportler haben, aus dem Gewicht heben. Da fangen zum Beispiel Arbeitssätze, erst bei 70% an. Natürlich könnt ihr jetzt auch sagen, ja, aber ich weiß ja auch das Gewicht richtig, aber wir versuchen ja Aussagen oder Richtlinien, Faustregeln zu machen, die für jeden stimmen. Und da sind halt diese Prozentangaben einfach super. Also, für Fortgeschrittene. Ihr könnt im Block periodisieren, das ist das eine, In-Season, Off-Season, Fortschritt im Winter oder nicht. Ihr packt mehr komplexe Übungen rein und ihr müsst die aktive Erholung auf jeden Fall mit ins Training einplanen. Okay? Das ist für die Fortgeschrittenen wichtig. Jetzt zu unserem letzten Punkt, den Profis. Profis sind wirklich Leute, die im Leistungssport angekommen sind. Also, die haben in der Woche sieben und mehr Einheiten. Ich selber hatte in meiner Off-Season 2012, hatte ich 14 Einheiten die Woche. Hatte also fast immer ein Two-A-Day, hatte aber zwei Tage frei. Das heißt, ich hatte sowohl Dienstag als auch Samstag ein Three-A-Day, dass ich halt diese zwei Tage frei habe beziehungsweise anderthalb. Also, ich habe immer noch einen aktiven Erholungstag gehabt. Das geht. Man muss sich nur sehr, sehr gut selbst kontrollieren. Man muss einen Trainer haben, dem man wirklich vertraut, dass das Training nicht zu viel wird. Und da sind wir auch schon beim allerersten Punkt. Gerade Profis neigen dazu, zu viel zu trainieren, zu viel zu machen und ins Übertraining zu fangen. Ich persönlich war immer ein Mensch, ich konnte recht gut und recht viel Training ab. Habe mich aber auch nicht so schnell verbessert. Also, ich war immer jemand, der sehr lange gebraucht hat, um in einer Übung mehr Gewicht zu bewältigen. Für euch als Sportler und für euch als Trainer, das sind nur ganz wenige, die in diesem Bereich fallen. Also, ihr könnt ja selber mal in eurem Freundeskreis rumhören, wer trainiert denn siebenmal und mehr die Woche? Das sind vielleicht zehn. Wenn ihr Trainer seid und vielleicht, je nachdem auf welchem Niveau ihr selber seid, einer oder alle, gerade als Sportler, wenn ihr Leistungssportler seid, werdet ihr auch tendenziell nur Leistungssportler kennen. Aber es ist nur ein sehr kleiner Kreis. Ungefähr ein Prozent oder nicht mal ein Prozent von den Sportlern, die Fußball betreiben, kommen in die Bundesliga und die sind Profis. Das bedeutet, das ist wirklich jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt, deswegen möchte ich auch nicht, oder ja doch, ich möchte da schon intensiv drauf eingehen. aber immer wieder sagen, es ist sehr individuell. Ja, gerade weil es so wenige gibt, die das betreiben, ist es sehr wichtig, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder darauf eingeht, alles klar, das ist die Person, die vor mir steht, darauf muss ich achten und das ist das Wichtige. Bei Profis sind die Prozente wie bei Fortgeschrittenen immer noch sehr wichtig, aber ich habe mal einen schönen Spruch gehört von einem amerikanischen Trainer, percentage doesn't matter till it matters and doesn't matter or matters when it doesn't matter. Das bedeutet, die Prozente sind wichtig, ohne Frage, um eine Faustregel zu bekommen. Aber wenn ihr so lange mit einem Sportler zusammenarbeitet oder der Sportler euch das Vertrauen schenkt als Profi mit euch zusammenzuarbeiten, werdet ihr merken, dass sowohl der Sportler als auch ihr ihn gut einschätzen könnt. Und das ist ja jetzt auch für die Hobbysportler draußen. Ihr könnt euch am besten selbst einschätzen und das müsst ihr auch, weil wir draußen als Trainer geben immer Anreize, was könnt ihr machen, was solltet ihr machen und so weiter. Aber ihr müsst im Endeffekt sagen, wie fühlt sich mein Körper zum Beispiel heute an. Da waren die Bulgaren im Gewichthebetraining ein wenig anders. Die hatten ganz klare Tonnenvorgaben im Training und die mussten die Sportler schaffen. Und die durften erst aus dem Kraftraum raus, wenn sie diese Tonnenangaben geschafft haben. Da bin ich persönlich ein wenig anders. Ich gebe den Sportlern immer einen gewissen Spielraum. Fühlt es sich gut an, fühlt es sich weniger gut an. Und da sind dann die Prozente zum Teil wieder hilfreich, aber zum Teil wieder nicht. Wenn auf dem Plan steht, ja, du musst heute zwischen 70 und 75 Prozent mit acht Wiederholungen diese Übung schaffen, der Sportler aber zum Beispiel schlecht drauf ist oder einen grippalen Infekt sich anbahnt oder 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 und nur 60 schafft, dann ist es so. Das ist auch ganz wichtig. Schlechtes Training ist immer noch besser als kein Training. Und solange ihr das Training plant, ob du jetzt Normalo bist oder nicht, völlig egal, also Normalo im Sinne von Fitnessstudio-Gänger oder Sportler, also Sportler im Sinne von Fußballspieler, Handballer oder oder oder, solange ihr das Training plant, ein Ziel habt für das Training und für eure vielleicht und für euer halbes Jahr, dann könnt ihr auch mal weniger Gewicht nehmen. Das ist kein Problem. Manchmal hilft es sogar, weniger Gewicht zu nehmen, um dann in zwei, drei Wochen wieder voll zu attackieren. Ja. Außerdem ist bei den Profis von der Trainingsperiodisierung, Trainingsplanung, das Undulierende sehr wichtig langsam. Das bedeutet, ich versuche in eine Trainingswoche verschiedene Inhalte reinzupacken, Maximalkraft, Kraftausdauer, Hypertrophietraining zum Beispiel. Ja, weil, warum? Wenn ich diesen Weg gehe, so wie ich ihn bisher gehe, dass ich sage, die Anfänger trainiere ich linear, dann kommt die Blockperiodisierung und dann muss ja noch was Neues kommen. Ich muss also den Körper auf was Neues vorbereiten und da ist dann das Undulierende absolut super. Ja. Außerdem, es ist auch wichtig bei Profis, welche Übungen haben sie vorher schon gemacht? Also ihr müsst versuchen, immer wieder neue Formen des Trainings einzuführen. Zum Beispiel, hat der Sportler schon mal olympisches Gewichtheben gemacht? Ja oder nicht? Ist das hilfreich? Ja oder nein? Also ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Fitnesssportler, die das ambitioniert betreiben, können das durchaus mal ausprobieren und machen. Da dürfen auch zum Teil, solange nicht gesundheitsgefährdend, technische Mängel drin sein. Sowas wie, man hebt stark aus den Armen. Völlig in Ordnung in meinen Augen sogar, obwohl das nicht das Ziel des Gewichthebens ist, aus den Armen zu heben. Aber für das Ziel des Bodybuilders, des Fitnesssportlers, ist es absolut zuträglich, wenn man sagt, ich will das jetzt als Schulterübung machen. Wie gesagt, immer, dass die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Oder ist zum Beispiel das olympische Gewichtheben für einen Feldsportler hilfreich? Ich bin der Meinung, absolut, weil ihr diese explosive Hüftstreckung drin habt. Okay? Also ihr müsst auch immer wieder die Übungen, die vorher gemacht worden sind, einbeziehen und neue heranführen. Bei Profis, die Feldsportarten betreiben, nah am Sport, an der Sportart selber dran sein. So wie bei den Fortgeschrittenen. Nur dann vielleicht mit ein wenig mehr Gewicht oder komplexer. Führt etwas Koordinationstraining ein. Schaltet Sinne aus. Zum Beispiel das Sehen. Lasst Kniebeuge mal mit geschlossenen Augen machen. Probiert das mal aus. Sendet mir ein Feedback. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das fühlt sich sehr komisch. Dann. Das ist auch sehr komisch. Aber es ist eine tolle Sache. Dann, wie gesagt, diese Two-A-Day-Trainings einplanen und auch einfach mal machen. Mal reinfühlen. Der, der die die Möglichkeit hat, das sind oftmals Studenten, so wie ich, die zweimal am Tag trainieren können. Ich war morgens um sieben im Kraftraum. Bis um halb neun. Dann gab es Uni. Drei Stunden, vier Stunden. Dann gab es Mittag. Nochmal zwei Stunden Uni. Und dann Training. Oder, leider auch oft der Fall, drei Stunden Uni. Mittag, Training und dann abends nochmal Training. Also Team-Training. Das ist okay. Das geht. Man muss halt nur in seinen Körper reinhören. Okay. Gut. Ich habe jetzt alles auf meinem kleinen Spickzettel abgearbeitet. jetzt nochmal kurz und knapp alles zusammengefasst. Also diese Einteilung, diese Einteilung Anfänger, Fortgeschritten, Profi, Linear bei Anfänger, Block bei Fortgeschritten, undulierend bei Profi, ist ein möglicher Weg. Es ist lediglich ein möglicher Weg, der bei mir, beziehungsweise bei den Sportlern, die ich betreue, sehr gut funktioniert, aber noch lange nicht bei allen funktionieren muss. Ja. Es ist ein toller Weg. Probiert ihn mal aus. Vielleicht gerade das Anfängertraining. Selbst ich arbeite mit den Anfängern, die schon ein Vierteljahr trainieren, mit linearer Steigerung. Die Komplexität der Übung nimmt zu. Ich fange mit Kniebeugen mit der Langhantel an oder mit Bulgarian Split Squats und höre mit unterschiedlich festen Untergründen ein Bein erhöht und in die Seite eventuell bei den Profis auf. Ja. Das bedeutet, die Komplexität steigt über das Trainingsalter. Gut. Dann möchte ich mich bedanken, dass du dabei warst und zugehört hast. Wenn du mir ein Feedback gibst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wie du diese Folge fandest und ermutige und ermuntere dich auch, Anregungen zu geben, was ich vielleicht als nächstes Mal besprechen sollte. Zum Beispiel diese Folge kam jetzt auch auf Anregung. Hey, verbinde doch mal diese allgemeinen Aussagen mit dem aktuellen Training, wie du das machst. Super gerne. Deine Inspiration, deine Idee ist mein Auftrag. Ich versuche, das zu machen, dass ihr was davon habt. Also sendet mir Feedback. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wäre rein theoretisch die Stelle, wo ich einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge gebe. Das werde ich jetzt aus Erfahrung nicht mehr tun, weil ich die Termine meiner Kollegen nicht immer so gut kontrollieren kann wie meine eigenen. Danke nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.